so nachdem ich das letzte mal jetzt so enttäuscht war von modern horizon gucken wir uns hier dieses produkt mal an magic the gathering von witz kids creature forge overwhelming swarm das haben wir schon super lange im laden man sieht es auch das ist so ein pirate style no cards not included da sind keine karten drin dann gucken wir uns das ding mal an hat das irgendwo hier da ist entscheidend ein token drin und zwar eine token bemalte kreatur ich hoffe auf den engel und nicht auf den dino nicht den dino nicht den dino nicht den dino nicht die mama nicht die mama das hat jetzt auch ein kurzes video was nur eine sache ist was das nicht euer scheiß ernst darf ich euch zeigen meinen großartigen riesengroßen abartig tollen pflanzentoken kamera kamera hier oben pflanzentoken 01 ist das wow ich bin gerade ich weiß gerade nicht was ich sagen soll ein pflanzen 01 token der ist schön bemalt so lassen das darf das jetzt natürlich nicht sagen dass die das ist ich beende das video wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablexei ciao